Guten Abend, mein Name ist Tom und ich programmiere Videospiele und ich blicke auf ein trauriges 2014 zurück. Wir hatten Helene Fischer, wir hatten wieder einmal DSDS und wir hatten die letzte Folge Game One. Trauer liegt auf all unseren pixeligen Herzen. Aber wird 2015 besser werden? Werden neue Gaming-Formate aus dem Himmel steigen? Oder in den Himmel steigen? Wer weiß. Wir sind alle sehr gespannt und hoffen, dass dieses Hobby, das uns da YouTube nennt, weiterhin gewogen bleibt, dass ihr uns alle zusehen könnt und dass der dritte Weltkrieg noch ein, zwei Wochen auf sich warten lässt, denn meine Aiming-Skills sind noch nicht ausgereift genug, weil ich nur Jump'n'Runs spiele. In diesem Sinne wünsche ich euch ein fröhliches 2015. Wir werden uns sehen. Digital. muy hart. Du hast doch heute und